Liebe Fußball-Bereunde, heute heiße ich euch herzlich willkommen zum Deutschen Pokal. Heute heißt es zwischen Freiburg und Hertha BSC in der Ivy-Lane. Oder Ivy-Lane. Spielkommentator natürlich wieder Galater LBL. Ja, ich bin immer noch erfreut, dass wir ein paar Siege jetzt endlich mal einfahren konnten und hoffentlich haben wir den nächsten auch gleich im DFB-Pokal hier hinter uns gebracht. Ja, schließlich habe ich trotzdem vor dem Spiel, weil... Also wir haben uns jetzt hier schon erfüllt, wir sind unter die letzten 32 des DFB-Pokals gekommen, was jetzt nicht sonderlich schwer ist, dadurch, dass wir kein anderes Spiel vorher spielen mussten. Mein Fernseher ist gerade ausgegangen. Hilfreich, danke Fernseher. Ich sehe gerade nichts, ich kann euch also nicht die Aufstellung präsentieren. Aber ich bin auswärts, ich labere einfach weiter, während mein Bildschirm schwarz ist. Das ist super. Hallo? Ah! Startaufstellung von Hertha BSC, so wie immer eigentlich. Bloß das Code widerspielt, weil Kalou immer noch verletzt ist. Und Thomas Kraft hat sich beschwert, dass er zu wenig Spielzeit hat. Das heißt, und er wollte jetzt auf den Transfermarkt gesetzt werden. Tschüss Thomas Kraft, weil Jaschein ist mir gerade so gut. Läuft gerade, also warum sollte ich jetzt die Startaufstellung ändern? Ja, und Timo Lenz mit ein paar Folgen. Bewertung vom Trainer immer noch nicht besser geworden. Ja, hoffen wir mal, das war hier was holen. Bundesliga haben wir ja heimwärts 1-0 gewonnen. Das war durch ein Glückstor, aber scheiß mal drauf. Ja, wie schon gesagt, Ziel erreicht schon. Unter die letzten 32 kommen. Da dauerten wir, glaube ich, mal rein in die Partie, ne? Freiburg hat Anstoß und spielt zuerst von links nach rechts, Hertha von rechts nach links. Macht Sinn. Ja, und hoffen wir einfach mal, dass wir entweder das Ding bis ins Elfmeterschießen reinziehen oder schon vorher beenden können. Oder hoffentlich nicht verlieren. Oder in der Verlängerung gewinnen. Oder verlieren. Aber ja, hoffe ich, dass wir gewinnen. Da habe ich mich verarscht. Ich lasse mich wirklich selten von diesen Einwürfen verarschen. Aber da hat er es gerade hingekriegt. Hilfe! Schrein hilft! Da habe ich jetzt nicht geschrien. Weil schon wusste, dass ich sie nicht mitgekommen habe. Gut, Freiburg ist der Meinung, sie können hier was erreichen. Irgendwie jetzt mal nicht. Nein, schade. Gut. Ich spiele jetzt aber auch hier schnell, ey. Tempo haben sie auf jeden Fall. Darauf war ich nicht. Ist einfach so umgefallen. Aber dafür können tue ich nichts. Einfach nur gelaufen. Komm schon, Ibiza, Vidsch. Der war in die Hacken gespielt. Okay, das war nicht gebrüllt. Okay, das war nicht gebrüllt. Langkommt. Brookes! Scheiße! Fuck, nein! Jetzt schon. Oh Gott, ey. Weißt du? Du warst nicht schon. Mann! Kacke! Okay. Lassen wir uns erst mal übeln. Wir machen aber auch Druck, ey. Hallo? Yo, alles klar. Easy. War ja kaum gefoult. Schön. Oh Gott. Nee, 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 nee. Hopp. Also noch habe ich nach den letzten Spielen Hoffnung. Wäre es vor vier Wochen gewesen, hätte ich die wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Ähm. Aber das ist klar, wenn du irgendwie ein paar Spiele, oder nicht nur ein paar, sechs oder so, verlierst. Nein! Ich dachte, der wäre drin. Hä? Was? Ich wollte den nämlich eigentlich auf S-Wein, das habe ich nicht so mitgerechnet, dass, äh, wer war das? Ich weiß es selber nicht. Darida, den Ball kriegt? Der müsste Darida gewesen sein. Nein, da köpfen wir allen Ernstes an die Latte und der passt natürlich jetzt zurück in die Mitte. Aber kriegt's geschissen? Boah. Wollte gerade sagen, kriegt's nicht geschissen, aber dann hat er den nochmal bekommen. Oh, die Schüsse in der Buchse, ne? Oh, Kurt. Lustig. Darida. Darida! Darida! Ey, seid ihr jetzt mal wieder fertig? Broke, komm. Ach, komm, als ob Brookes das Ding verliert. Nur so halbwegs. Nein! So klar, dass sie da gleich abgibt, ey. Komm, gib mir den doch dem Aller! Das kann nicht wahr sein. Ey. Schön. Nein, lustig! Du Lustig! Hallo. Oh, danke, dass ich keinen Spieler mehr steuern durfte. Was? Ich wollte schon gerade sagen. Schön. Schieß. Was machst du, Mann? Darida! Ich hab... Warte, da hab ich schon auf Schuss gedrückt und der dreht sich nochmal. Warum? Ey, aber das ist schon sehr voll war und die Biese, ich hab mich schon gewundert. Na, hallo, Kurt, ich mich Kurt, hallo. Na, Alter! Ey! Was auch, und jetzt kassier ich da durch das Tor. Was macht ihr denn? Schön ausgebremst vom Brookes. Die wissen inzwischen, wohin ich spiele. Ist mir egal, ich mach's trotzdem. Ich bin nämlich so der Aufbautyp eher. Schön. Schön. Alter! Ibisewitsch! Wir haben Chance, nun Ende! Und ich dachte, weil der da grätscht. Okay, kann ich nicht geradeaus. War auch richtig so. Aber... Hä? Ich hab so genau in die Ecke gezielt und der haut ihn da einfach ein paar Meter daneben. Der wird da runter passen, ist doch klar. Wo ist, äh... Kattner? Bisschen früher rein. Schön. Aber immer noch rechtzeitig. Jo, alles klar. Er hat auf Zweikampf gedrückt, dann hat er Schuss gehabt, aber dann wollte er doch nicht mehr. Na, die gehen meistens rein. Mann, haut das Ding einfach weg! Alter, wir wollten mich doch verarschen. Oh, zack. Jo, alles klar. Gelb. Gelb, hallo! Hä? Ihr zieht mir auf dem Trikot und ich kann voll nach vorne rennen? Na, schade. Hallo? Mann, Darida, du bist echt... Boah! Wir hätten schon links ausgleichen können! Ey, ich weiß nicht, was die da spielen. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit. Wir bringen wieder unsere Joker und Kerk kommt für Grifo. Ähm, auf Spiel bei Freiburg. Ja. Mit den beiden klappt's vielleicht. Ibizovic und, äh, Darida hatten ja schon ein paar Chancen, um vielleicht mal auszugleichen, was sie aber nicht für nötig gehalten hatten. Ähm. Und so mussten wir halt handeln. Auch wenn Darida noch drin ist, aber Ibizovic nicht mehr. Ähm, schade. Da hättest du da gleich mal schön aufs Tor rennen können. Na, da ist Weiser. Wollte eigentlich durch auf Selke stecken, aber war Weiser nicht so dann erfreut drüber. Gierig. Okay, hab ich. Sauber. Nein, Mann. Kommt nicht. Gut. Selke hat den. Es war ein Latte. Das kann nicht wahr sein. Das ist jetzt schon das zweite Mal im Spiel, dass wir die Latte treffen. Mann. Das Spiel ist verflucht, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen. Nein. Hallo? Du? Der Vorhundmann langkommt, so dass er nicht mehr verteidigen kann. Komm schon. Wo ging der Pass denn hin? Alter Verwalt. Und? pous, marsch. Due? Wo war Vielen Dank. 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 Vielen Dank.